Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde zu die Siedler 6, Aufstiege eines Königreichs. Ja, wir sind immer noch in der Mission Montecito. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Wir danken euch. Und sind voll dabei, die verschiedenen Dörfer zu versorgen mit Holz. Als nächstes dann das Dorf eben. Ja, die Burg ausgelaufen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sofort. Ein Außenposten wird angegriffen. Ein Tädelkurium hat ihn verloben. What? Ich werde angegriffen. Okay. Okay. Okay, okay, da müssen wir... ...das leider... ...abbrechen. ...und unser Territorium verteidigen. Auf euren Befehl. Äh. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Wir danken euch. Okay. Könnte etwas unschön werden. Bei den Himmeln. Sie wagen es, unser Kloster anzugreifen. Im Namen von allem, was euch heilig ist. Helft uns! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Schon unterwegs. Wechselt auf die gerechte Seite. Schon unterwegs. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Nicht schön. Jawohl. Alles klar. So konnte ich sie aber etwas ablenken. Das war jetzt die Bogenschützenkaserne. Dann brauchen wir noch eine normale Kaserne. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Erst bei Territorium in Ruhe. Ei. Ei. Ein Außenposten wird angegriffen. Jawohl. Verstanden. Stürmt los. Nein. Nein. Ein Territorium ging verlobt. Was können wir dagegen tun? Wie ihr wünscht. Ei. Schon unterwegs. Nun haben wir genug Holz, um die Palisade zu errichten. Wir danken euch. Ja, ich kann keine Seiten am Hafen anheuern. Jawohl. Ei. Auf euren Befehl. Ei. Ei. Jawohl. Jawohl. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Helft mir im Kauf euren Befehl. Auf eurem Befehl. Sie wagen es, unser Kloster anzugreifen. Im Namen von allem, was euch heilig ist. Helft uns. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Jawohl. Verstanden. Alles klar. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ei. Verstanden. Ei. Schon unterwegs. Jawohl. Jawohl. Schon unterwegs. Sofort. Okay, da kommt doch weibere auf Marcus an. Verstanden. Sofort. Kämpft weiter. auf euren befehl jawohl jawohl sofort wie ihr wünscht schon unterwegs schon unterwegs sofort jawohl jawohl schon unterwegs jawohl wie ihr wünscht genau wie ihr schützen schießt schön weiter auf euren befehl alles klar mit haki alles klar jawohl schon unterwegs wie ihr wünscht wie ihr wünscht auf euren befehl schon unterwegs sofort verstanden sofort jawohl wie ihr wünscht auf euren befehl uns ein bisschen luft macht verstanden sofort alles klar okay da kommt der angriff den wir eigentlich nicht haben wollen schon unterwegs jetzt etwas verspätet schon unterwegs alles klar nicht aufgeben alles klar angriff wie ihr wünscht auf euren befehl schon unterwegs auf euren befehl schon unterwegs wie ihr wünscht verstanden schon unterwegs verstanden auf eure militaire einheit wurde geschlagen alles klar verstanden alles klar ich werde angegriffen ich muss mich in die burg zurückziehen jetzt werden sie trotzdem den außenposten angreifen oder ja können wir das noch retten das ist die gute frage wird das retten können wie ihr wünscht so fort alles klar so fort auf euren befehl jawohl sofort wie ihr wünscht ich muss mich in die burg zurück da kommt die marken alles klar alles klar alles klar sofort verstanden schon unterwegs alles klar sofort jawohl schon unterwegs auf euren befehl schon unterwegs verstanden jawohl sofort wie ihr wünscht ich muss mich in die burg zurückziehen alles klar auf euren befehl schon unterwegs verstanden in den kampf jawohl ei verstanden jawohl wie ihr wünscht schon unterwegs ei alles klar verstanden jawohl verstanden ei angriff auf euren befehl in den kampf 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 verstanden verstanden wow wir haben es überlebt diesmal verstanden 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 wo kann ich noch mal wolle kaufen da oben bei denen kann ich nämlich auch gleich einen weber errichten alles klar sofort wie ihr wünscht mir hier oben etwas wolle kaufen verstanden zunächst schluckt ihr ihr angriff auf mein territorium fehl verstanden verstanden zurück kann ich jetzt truppen produzieren so dann kaufen wir mal einfach alles an wolle was ihr habt verstanden verstanden alles klar sobald ich noch zwei trupps habe schicke ich an die ans kloster das geld verstanden ich werde angegriffen was für ein heck mich jawohl ich sollte hier aber wir schnell speichern sicher ist sicher ich habe die mission gar nicht so schwierig in erinnerung war immer die meinung die letztlich schwierige mission wäre tios gewesen so dann fangen wir mal auch an gleich mit dem bau von befestigung unsere verbündeten werden angegriffen ja gut das war der angriff auf die das heißt ich schicke die ressourcen zum kloster los holen wir doch mehr trupps schon unterwegs nun haben wir genug holz um die palisade zu errichten wir danken euch bei den himmeln sie wagen es unser kloster an der rote prinz greift ein verbundetes dorf an wir müssen ihnen hilfe schicken der rote prinz versucht seradio zu vernichten wir könnten eure hilfe gut gebrauchen so dann machen wir auf der seite die mauer ein karren mit rohstoffen ist eingetroffen mal zu hier könnte ich mal die stein mit ausbauen wir sehen eigentlich meine anderen stein mit so aus sehen gut aus oder stein mit nun haben wir genug holz um eine palisade zu errichten vielen dank ei ja langsam sollte ich mich auch drum bemühen äh meh zu produzieren das stimmt allerdings auch wieder das stimmt äh 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 äh